grüßt euch dieses mal geht es zu einer wifi rf switch und dort ist lichtschalter zum einbauen alexa und google assistenz fähig hier steht das ganze hat natürlich die ganz schön edle optik das hat mal ganz andere einen ausschalter voll cool ja problem an der ganzen geschichte ist allerdings wenn man dann spezielle schalter hat mit steckdose noch integriert dann muss man schauen dass man das passende hier auch noch bekommt was mir jetzt noch nicht gelungen ist deswegen habe ich das noch nicht eingebaut gut hier ist noch eine rückseite machen wir schon sehr 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 edlen eindruck und die wirklich ganz klar sagen eine haptik hat man hier keine also es gibt keine rückmeldung in die richtige richtung also wenn ihr jetzt hier irgendwie drauf drückt dass da irgendwie was klickt oder was weiß ich das gibt es hier nicht das einfach draufklicken und dann geht es wahrscheinlich aus also und das schöne ist halt dass ihr dann das licht zumindest auch mit alexa und mit google assistenten dann entsprechend auch steuern können das natürlich auch eine super praktische sache ist deswegen finde ich es auch richtig cool und würde das auch gerne nutzen und werde es bei den testern machen wenn ich die passende steckdose gefunden habe dann geht es 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 dann geht